Zunächst aber zu einem Szenario wie aus einem Science-Fiction-Film. Stellen Sie sich flächendeckende Videoüberwachung vor. Kameras in Einkaufszentren, auf Straßen und Plätzen, elektronische Augen, denen nichts mehr entgeht. Eine Versuchsanordnung, die alles übertrifft, was wir heute schon kennen. Das ist keine Fantasie von George Orwell, sondern Kernstück eines Forschungsprojekts der EU. Der große Bruder kommt näher. Der Landtag in Düsseldorf. Überwachungskameras erfassen einen Mann. Er steht schon seit Längerem dort, wirkt unruhig, läuft plötzlich weg. Das System erkennt ungewöhnliches Verhalten. Die Kamera verfolgt den Mann. Ein Computerprogramm vergleicht ihn mit allen verfügbaren Fotos in Datenbanken und im Netz. Er wird identifiziert, sein Handy angezapft. Er schreibt eine SMS. Das System schlägt Alarm. Drohnen, kleine unbemannte Flugobjekte steigen auf, um die Verfolgung aufzunehmen. Kein Aufschnitt aus einem Science-Fiction-Film. So ein von uns nachgestelltes Überwachungsszenario wird derzeit für die Anwendung vorbereitet. Die EU hat dafür bereits 11 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es ist mit den Elementen, die dazugehören, Big Brother auf öffentlichen Plätzen und ein einschneidender Eingriff in die Privatsphäre. Ich bin davon überzeugt, ein solches System kann nach unserem Rechtsstandard in Deutschland nicht eingesetzt werden. Und dennoch, das Projekt läuft weiter. Im Verborgenen. Beteiligt sind, so viel ist bekannt, private Sicherheitsfirmen, Polizeibehörden, Universitäten. Mit INDECT, so heißt das Forschungsprojekt, erhoffen sich die Verantwortlichen eine ganz neue Dimension der Verbrechensbekämpfung. Das zeigt der eigene Werbefilm. Ein Aktendieb. Kameras erfassen ihn, identifizieren ihn, orten ihn. Die Staatsmacht greift zu. Ein Fahndungserfolg, der auf der Verknüpfung aller Überwachungskameras mit allen verfügbaren behördlichen Datenbanken und sozialen Netzwerken beruht. INDECT ist aber noch mehr. Das Projekt will Verbrechen verhindern, sogar bevor sie begangen werden. Mein zentrales Problem mit INDECT ist, dass damit eine umfassende Verknüpfung unterschiedlichster Datenquellen stattfinden soll von Personen, die für sich genommen erstmal nicht verdächtig sind, sondern das ganze System dient dazu, aus unverdächtigem Verhalten sozusagen Verdachtsfälle herauszudestillieren. Das ist sozusagen die technische Umsetzung des Generalverdachts. Unser Beispiel vom Anfang. Dieser Mann könnte ein potenzieller Attentäter sein, aber eben auch ein völlig Unschuldiger, der seine Verabredung vergessen hat und sich bloß auf eine Party am Wochenende freut. Doch für INDECT ist unnormales Verhalten verdächtig. Und was nicht normal ist, will INDECT mittels eines Computerprogramms errechnen können. Beteiligt an dieser Allmachtsvorstellung Forscher der Uni Wuppertal. Aus dem Projekt entsteht ja nicht automatisch eine bestimmte Überwachungsphilosophie oder ein Überwachungszwang. Aus dem Projekt entstehen, man öffnet sozusagen die Werkzeugkiste und zeigt der Politik, die ihre politischen Entscheidungen aber auch treffen, Mehrheiten dafür finden muss, sie vielleicht auch gar nicht findet, was man tun kann, wenn man in dieser Richtung etwas tun will. Doch ist diese Frage nicht längst entschieden? An INDECT sind auch Privatunternehmen wie die PSI AG in Berlin beteiligt. PSI entwickelt Sicherheits- und Überwachungssysteme für den Nahverkehr. Schon in einem Jahr könne man in die Versuchsphase eintreten. Das Unternehmen will mit der INDECT-Technologie auf dem deutschen Markt viel Geld verdienen. Die Widerstände gegen die Drohnenüberwachung und die Kritik der Datenschützer halten die Projektverantwortlichen langfristig für überwindbar. Auch die EU will die INDECT-Forschung in konkrete Praxis umsetzen. Beim Export winke europäischen Unternehmen ein Multimilliardengeschäft. Aber erstmals räumt die Kommission nun ein, dass ein Einsatz auch innerhalb Europas geplant ist. Die Erwartung ist sicherlich, dass dieses Wissen unter gewissen Voraussetzungen nutzbar gemacht werden kann für Polizeikräfte und Sicherheitskräfte in ganz Europa und sogar außerhalb Europas, um dann zu entscheiden, ob es die Ergebnisse wert sind, verwirklicht zu werden. Vorarbeiten, die grenzenlose Überwachungstechnologie anzuwenden, laufen offenbar längst heimlich still und leise. Der Einsatz von Drohnen im deutschen Luftraum ist gerade im Bundestag durchgewogen worden. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz plant, in Fußballstadien die Gesichter aller Besucher zu scannen. Und hat der Motto, wenn die Bevölkerung sich erstmal daran gewöhnt hat, dass sie überwacht wird, dann wird sie auch nicht widersprechen, wenn wir diesen Bereich ausdehnen. Und das halte ich für besonders gefährlich und perfide. Was also, wenn ein neuer Terroranschlag wie in London oder Madrid-Europa erschüttert? Wenn Bilder von Toten und Verletzten um die Welt gehen? Werden wir dann unsere Freiheit opfern, wenn INDECT verspricht, für Sicherheit zu sorgen? Das ist Orwells Albtraumvision vom perfekten Überwachungsstaat. George Orwell ist ein Schriftsteller gewesen, ein sehr weitsichtiger Schriftsteller. Wir sind technisch schon weit über Orwell hinaus. Datenschützer aus Bund und Ländern haben jetzt massiven Widerstand angekündigt gegen diese Initiative.